Achtung, hier spricht euer Kapitän. Ihr kennt die Pinguine aus Madagaskar. Was ihr aber nicht wisst, ist, dass sie ein Doppelleben führen. Als Geheimagenten. Ihre sagenhafte Geschichte begann als die von vier Brüdern. Seid ihr meine Familie? Du hast keine Familie und wir werden alle sterben. Was? Was ist los mit dir, Kowalski? Die, als sie groß waren, zu meistern der Tarnung, der Spionage und des Kamikaze-Angriffs worden. Gehe nach, Jungs. Jetzt wird's brenzlig. Angeber kann keiner leiden, Pfeibisch. Aber beim Kampf gegen einen Wahnsinnigen... Ich habe die Macht, euch zu zerstören. ...bekommen sie Konkurrenz. Was zum Geier geht denn hier ab? Ruhe bewahren, Pinguine. Ihr steht jetzt unter dem Schutz von Nordwind. Wir haben ja gar keinen Schimmer, wer du bist. Nordwind ist ein Elite-Undercover-Inter... Ein Elite-Undercover-Inter-Spezial... ...Sonderkommando. Mit dem Ziel, den... ...mit dem Ziel, den Tieren zu helfen, die sich selbst nicht helfen können. Im November... Wir müssen einen glöbberigen Wahnsinnigen stoppen. Ich gebe hier die Befehle, Freundchen. Du solltest ihnen Handschellen anlegen. Aber sie haben keine Hände, sie haben nur Flossen. Und ich habe auch nur Flossen. Das ist echt frustrierend. Wenn es um die Rettung der Welt geht... Ihnen nach! Alles klar, Jungs. Genau wie in Kuba. Venedig. Rio de Janeiro. München. Punktlandung im Stadtzentrum von Dublin, Irland. Wir dürfen nicht auffallen. Riverdance. Werden Helden. Wir brauchen diese Typen nicht. Zu Legenden. Clif's ist der Pinguin. Wenn uns jemand retten kann... ...dann wir. Von den Machern von Madagaskar. Er hat sich in unser System gehackt. Debbie. Dave. Dave. Wo ist der Ton? Dave, dein Mikrofon ist nicht eingeschaltet. Schick auf den Knopf mit dem Bild vom Mikrofon. Immer dasselbe, wenn ein Schurke mit uns skypen will. Hallo? Hallo? Jetzt können wir dich hören, aber nicht sehen. Jetzt würde ich mit meinen Eltern sprechen. Dreamworks. Die Pinguine aus Madagaskar. Wir brauchen Infos über Daves Versteck. Also los du, wo ist Dave? Spuck's aus. Sir, das ist ein Baby-Tintenfisch. Tut mir leid, Kleiner. O Hand y ... ... Untertitelung des ZDF, 2020